Der Name ist Sunnyboy. Der Name erinnert an den Strand und an die Sonne. Aber in Wirklichkeit steckt dahinter was ganz anderes. Viel Talent, aber noch härteres Training. Das harte Training hat mich weitergebracht, als ich es mir jemals hätte erträumen können. Ich fing an als 14-jähriger Junge, als ich das erste Mal eine Mamadien betrag. Mit 16 meine ersten Kämpfe im K1 bestritt, mit 17 weitere K1-Kämpfe hatte und den ersten Profikampf. Mein Ehrgeiz brachte mich in die Nationalmannschaft im K1. Mit der ich auf jegliche Meisterschaften gehen werde, unter anderem auf die WM 2022 in Wales. Mein Name ist Berkan Janeroglou. Willkommen in meiner Welt zwischen Brutalität und Eleganz. WM 2022